Hi und herzlich willkommen zum 300 Abonnenten Special heute hier auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es geschafft. Innerhalb von einem Monat von dem letzten 100 Abonnenten Special sind wir jetzt Richtung Anfang Juni bei 300 Abonnenten gewesen. Und deswegen kommt auch schon das nächste Special. Diesmal mit einem 1700 Gems Gewinnspiel. Und das Ganze machen wir heute auch auf eine ganz besondere Art. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich auch für die ganzen Not German Viewers das Ganze probiere zu übersetzen und damit starte ich mal direkt. So, I will translate it for all those who are Not German Viewers. At first I will thank you as well for your support and after I've explained it in German, I will explain the tasks you have to do for the giveaway, for the competition. I will explain them and translate them in English as well, so that you can, so that you will be able to win this 1700 Gems as well. And yeah, thanks a lot. So right now I will continue in German and after that I will translate it in English. So, zurück zu euch, ihr Lieben, alle deutschen Zuschauer. Zunächst mal, ich möchte euch auch ganz herzlich danken für euren großartigen Support, für eure Unterstützung, dass ihr so fleißig mit dabei seid und mitschaut. Und ja, ihr seht auch schon, im Hintergrund läuft hier bereits ein starkes Video von einem Clan-War-Angriff, wo der Bandeman die gegnerische Nummer 3 angreift und hier mit Walkür ein ganz großes Kino. Ja, in letzter Zeit kommt da sowieso ganz viel Material zusammen. Nun aber zu dem 1700 Gems Gewinnspiel. Ich habe mir, wie beim letzten Mal, eine Kleinigkeit ausgedacht, was ihr in die Kommentare schreiben sollt, so dass ich dann am Ende wieder das aus den Kommentaren auslosen kann, also dass ich den Gewinner aus den Kommentaren auslosen kann. Und was ihr dafür machen müsst, ist im Grunde ganz einfach. Als erstes liked ihr wieder das Video, das ist eine der wichtigen Sachen. Dann schreibt ihr in die Kommentare Hashtag Google Play Cat oder Hashtag iTunes Card, je nachdem, was ihr gerne hättet und was ihr speziell benötigt. Und dann schreibt in den selben Kommentar dahinter eure Lieblingsangriffstaktik und eure Lieblingseinheit. Und bei der Auslosung dann nur, wenn Hashtag Google Play Cat iTunes Card und eure Lieblingsangriffstaktik und eure Lieblingseinheit da mit drinsteht, nur dann könnt ihr bei diesem Gewinnspiel die 1700 Gems gewinnen. Ansonsten werdet ihr bei der Auslosung übersprungen. Ja, das war's im Grunde schon, was ihr für das neue Gewinnspiel machen müsst. Und ja, dann wünsche ich euch Deutschen jetzt erstmal noch viel Spaß beim weiterschauen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal einmal für die Not-German-Viewers übersetzen. So, right now, for you all, you are the Not-German-Viewers, I will translate it for you. You can also get the chance to win the 1700 Gems in form of a 15 Euro Google Play Card or an iTunes Card, it depends on you what you need. So, you have to follow three steps to be able to win this 15 Euro Google Play Card or iTunes Card. So, at the beginning, you have to like the video, that's important. And then you have to write down in the commentaries, hashtag Google Play Card or hashtag iTunes Card. And right behind it, you will write down your favorite attack strategy and your favorite unit. So, I will need both. I need the card you want to have. And you have to write what is your favorite attack strategy and you have to write what is your favorite unit. Only then, you will be able to win the 1700 Gems. And yeah, otherwise, you will be skipped when I will get the winner. So, right now, then I will continue in Germany, in German language and you can easily watch all the videos. And tell me as well, what do you think about if I would start doing some videos in English as well. So, yeah, feel free and let me know what you want to see and what you want and what you like. Yeah, and thanks for your awesome support. So, dann gibt es noch ein paar kleine Infos für die deutschen Zuschauer. Also, wie ihr jetzt im Hintergrund gesehen habt, kommen hier noch einige Walküren-Angriffe. Das sind aber nicht alle, die in diesem War gewesen sind. Wir sind als Rathaus-10er momentan sehr, sehr stark dabei, auch auf drei Sterne zu gehen gegen Rathaus-10er oder eben auch gut dabei, zwei Sterne gegen den Rathaus-11er zu erreichen. Dazu wird in der nächsten Zeit auch nochmal ein Video kommen und dann erzählt mir gerne nochmal, ob ihr auch Erklärungen dazu wollt oder ob ihr eigentlich nur die Angriffe sehen wollt. Und ja, es würde mich auch freuen, wenn ihr ein Feedback gebt über die Basen, die ihr gebaut habt oder ob ihr irgendwelche speziellen Basen habt, die ich mir anschauen kann, wo ihr sagen würdet, hier, Dancer, die musst du dir anschauen, denn die ist super stark gegen Walküren oder super gut fürs Pokalejagen. Ansonsten, ja, werden wir nachher auch nochmal, Trophy-Bases werden auch noch auf Dauer kommen. Und dann möchte ich noch zu den Dorfbesuchen sagen, da sind jetzt so viele Kommentare drunter gekommen, wo welche geschrieben haben, welches Dorf ich besuchen kann, welches Dorf sie gerne besucht haben, ein bisschen von sich selbst. Und ja, ich werde mal schauen, dass ich das bald abhandele, dass ich da schon mal die nächsten Dorfbesuch-Videos raushaue. Aber es kann natürlich sein, dass nicht alle drankommen. Wenn ich das auch probieren werde, es werden so vier, maximal fünf Dorfbesuche pro Video sein. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich für deine weitere Unterstützung und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Clash of Clans beim Dancer. Ciao! Tschüss! 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 Vielen Dank.